Und Reisen, das ist eine der Lieblingsbeschäftigungen unserer musikalischen Gäste heute. Herzlich Willkommen, Handmade Moments. Sie nennen sich selber das meistarbeitende Duo in der Musikszene. Warum das? You call yourself the most working you in the music biz. Why is that? We have been called the hardest working band in rock and roll because we're always on the road, all the time, constantly touring and traveling and playing shows. If you're always on tour, do you still have something like home or where do you live? We live here now and tomorrow we'll live in Hamburg and that's kind of our life. If we don't pay rent anywhere, we'd save the money, because we've just been booking shows in different countries all around the world for the past four years. As far as Argentina and Colombia and the US and Mexico, Canada, now Europe. But after this tour, we're gonna stay somewhere. We're ready to have a home again. Also, Sie sind deshalb das harteste arbeitende Duo in der Musikgeschichte, weil Sie immer auf Tour sind in vielen verschiedenen Ländern und leben auf der Straße in einem Van, habt ihr mir eben erzählt, auch um Geld zu sparen. Aber wenn Sie dann wieder zu Hause sind, dann gibt es dann doch einen festen Wohnsitz. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe gehört, dass ihr gar nicht groß geredet habt, sondern einfach angefangen habt zu jammen. Ich habe gehört, dass du, wenn wir uns nicht zu Hause haben möchtest, einfach angefangen hast, zu jammen, ist das richtig? Das ist richtig. Wir haben uns einfach zusammengefangen angefangen. Und wie funktioniert das? Hat es zusammengefangen? Wie sofort? Ja, es war cool. Er war ein bisschen Musik zu spielen und dann habe ich angefangen, zu singen, zu singen, zu seinem Musik. Das war cool. Also, offenbar hat man sich sofort blind verstanden, nicht groß geredet, sondern gleich losgejampt und es hat gleich alles gepasst. Ich habe gehört, dass du viele Instrumente spielst. Nicht nur die Bars, aber was anderes spielst du? Ich spiel auch Bass-Clarinet, aber ich konnte es nicht mit mir bringen, weil es groß ist. Und Ukulele auch. Und er spielt Tuba. Jetzt hoffe ich, dass ich mir das gemerkt habe. Sie spielen beide wahnsinnig viele Instrumente, von der Bass-Klarinette bis zum Kontrabass, bis zur Tuba. Also ein Multitalent auf beiden Seiten von mir. Handmade Moments. Und jetzt hören wir da draus. Where do you find the time? Aus dem aktuellen Album. Dankeschön. Handmade Moment machen sich bereit. Wir sagen danke für heute und freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Das ZDF Morgenmagazin ab 5.30 Uhr. Schönen Montag. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 It's a sunny afternoon, yeah, and there's nothing I can do, uh-huh, I close my eyes And I see you, my love, oh, my love, where do you find the time?